Werden alle Sünden vergeben, auch wenn man gelästert hat? Werden alle Sünden vergeben, auch wenn man gelästert hat? Alle Sünden werden vergeben, die man bereut hat. Das heißt, wenn du gelästert hast und du hast es bereut, dann wird das auch vergeben. Und beim Lästern sagen die Ulema, musst du es wieder gut machen. Immer wenn Sünden vorhanden sind, die auch andere Mitmenschen angehen. Du hast jemandem etwas angetan, lästern gehört dazu, dann musst du es wieder gut machen. Wie machst du das wieder gut? Indem du über diese Person gut redest im gleichen Kreis, indem du eben schlecht geredet hast über diese Person. Zum Beispiel, du hast über diese Person gesagt, der ist faul, sie ist faul. Sie war nicht anwesend, er war nicht anwesend, aber du hast über diese Person geredet. Das ist lästern. Wie mache ich das wieder gut? Erstmal, ich bitte Allah um Vergebung, ich versuche Gutes zu tun, Ibadah, Fasten, Spenden und so weiter. Plus, ich gehe zu den gleichen Personen und sage, Masallah, diese Person, Allahumma Barik, die ist großzügig, diese Person und so weiter. Also Gutes sagen im selben Kreis, in dem ich schlecht geredet habe über diese Person. Wollahualaikum. Wollahualaikum.